Und jetzt geht's los! Ready! Herzlich willkommen an Bord! Willkommen zu euch, ihr Schutze! Flyover Airlines, herzlich willkommen an Bord! Meine der Fernfluggeste, ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord des Flyover und Flug über Ihren Festplatz. Unsere Reise zu Köder wird heute etwa 40 Meter betragen. Bitte beachten Sie, dass unser Rundflug ein Lichtrauberflug ist. Daher ist das Bord an Bord nicht gestattet. Die Crew des Flyover bedankt sich herzlich für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Spaß bei uns an Bord! Das Wohlfahrt, sehr will ich haben Sie, ist mein Gedan. Das ist die Zukunft. Jessie ist in Ordnung. No, wir sehen uns damit, ob es nur ein Kind, dass wir in der die Uhr gefangen sind. Daher ist das Bord, was wir heute noch mal? Neh, wie er hier im Karte? Das kann man ihn sehen, dass und ein Kind ist. Ja, das ist ein Kind, da. Ja, das ist ein Kind. Verehrte Fluggäste, wir haben nun unsere Reiseflughöhe von 40 Metern erreicht. Sehr verehrter Testplatz, Sie stehen vor der Flyover, dem 40-Meter-Bundentwieder für die ganze Familie. Hier wartet ein rasanter und atemberaubender Hundfuss auf Sie. Checken Sie ein, holen Sie sich Ihre Bordkarte und genießen Sie Ihren Fluch. Erleben Sie einen vielvergesslichen Ausblick. Schauen Sie sich Ihren Testplatz und die Umgebung einmal von oben an. Wir bringen das Abenteuer auf die Veranstaltung. Genießen Sie die Freiheit im Luft mit Erhöhung. Mitmachen und Spaß haben. Jetzt sind die Bills an der Gasse. Dieatur, die wir in Deutschland haben. Wir bringen das Abenteuer auf die Verk wunderbar. Komm, auf die Verkrankungen, die die Bösen-Tipps sind. Wir bringen das Abenteuer auf die Verkrankungen, die erhöhung von 14 Metern. Die Bösen-Tipps sind ein, was Sie sind die Welt. Die Bösen-Tipps sind eine Abenteuerung. Die Bösen-Tipps sind eine Abenteuerung. Die Bösen-Tipps sind ein, was Sie sind, was Sie sind. Oh, die Elektionen! ein paar Die Londoner Meine sehr verehrten Fluchgäste, herzlich willkommen zurück. Wir hoffen, Ihnen hat dieser Rundflug über Ihren Festplatz gefallen und Sie haben sich bei uns am Rad wohlgefühlt. Bitte öffnen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt und beheben Sie sich zum Ausflug. Schauen Sie bitte nach, ob Sie auch nichts bei uns an Bord vergessen haben.